Hier Momentan öffnen Ist das denn gratis oder wie? Ja das ist voll gratis Das ist komisch weil Minecraft kostet was Ja das meine Und es ist ja grafisch besser, finde ich. Ja. Demo, bla 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 bla. Was sagst du im Battlefield 1? Ich habe nicht gespielt, kann ich nicht sagen. Was hast du gesagt? Ich habe dir nicht schon gehört, du bist kurz weg. Ich habe das nicht gespielt. Nein, Trailer habe ich auch angeschaut. Jetzt kommt der Intro. Das ist so geil. Das ist alles russisch geschrieben. Also es ist die russische Sprache an und für sich. Es ist englisch geschrieben. Das heißt, das N steht verkehrt. Oh, du weißt, was das N bedeutet. Weil es englisch geschrieben ist und Deutsch übersetzt. Finde ich voll. Das ist nur nochmal. Das war wiederum. Und, du weißt folgen. Oh ja. Ich sage immer Whisk, wie ein großes Autostadt. Hier haben wir verkehrt. Es wird immer ein kleines Schuss. Ich würde mich wünschen. Ich bin jetzt in der Stadt. Ich bin jetzt in der Stadt. Ich bin James McLaren. Vielleicht soll ich dir hier stehen. Da sind so viele Japaner dabei. WTF? Wie sind denn in den russischen Spielen so viele Japaner dabei? Wackata. Kenzaku. WTF? Der Daumen ist richtig gepasst für die Spiele, auch wenn du denkst du, was geht es eigentlich um den Titel, aber wenn du die Spürschwein kennst, wow, wie süß da alles schwarz. Ah, Geisterkowalt. Ja, geil. Igelkorb-Spitzhacke, okay, dankeschön. In der Stadt ist die Nahrung ausgegangen. Was ist denn jetzt? Du hast nichts zu essen. Du hast nichts zu essen. Ich hab dir eine Freizeitstelle gefunden. Okay. Wie ist das denn? und ich bin ich stehend und ich bin ein sehr gut sie haben das schädelte mann der Der L3-Taste. Schön, wie finde diese Ressourcen? Wie finde ich Nahrung? Wie soll's hier Tesla tun? Topfekt mit der L3-Taste. Wie ist denn der L3-Taste? Soll ich mich für das, aber wie ein weiterer Punkt ist? Wie ist denn alles? Wie ist denn das? Ja, ich hatte das. Sicher. Okay, wer denkt, warte, warte. Ah, dort ist gewütet rum. Gute Morgen. Hilfe, als. Gute Nacht. Du wies, Maret, Krupp, noch. Du musst dabei, Drew. 18 Stunden galt's bei mir. Ja. Du musst nur mit dir da blohen oder wie du spielst du schon? Nein, ich spielst du schon. Und du hast du den daumen gelohnt? Gestern. Ja, und jetzt will ich es gottfertigen. Gute Morgen. Aha, das ist auch bei mir, du bisschen linge. Ich hab's gestruten gedacht. Yeah. Bum, 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 bum. Ui. Das ist ein Kürbis. No way. Du hast gebotergespielt, oder? Wtf, wofür ist der Kürbis im Inventar? Kürbisball. Nach dem Kürbis modifizierter Ball. Okay. Du hast auch was Gratis gekriegt, eigentlich. Ja. Oh, was ist da passiert? Oh, das ist ein Undviech. Das ist ein Viecher. Das ist ein Viecher. Das Viecher ist da? Ja. 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 Rache, esledovatel, unaduk, narode, resultat, bolschins, da! Frage, was sind Essressressen? Oh, die Stadt hat über richtig viel bombardiert gehört. Das ist Essressen, hier ist Essressen, hier ist Essressen, hier ist Essressen, hier ist Essressen. Ja, ich bin Kronomen, Busten gekommen. Ne, ich bin Kronomen, das ist Essressen, hier ist Essressen. Was ist das? Was ist das? Dann steck aus Fuck man Boah Kleidung wechseln Yes Rest der Kobold Verstätigen Yay Hey Du Kale Du Jetzt ist dein Ernst sein Jetzt ist hier irgendwo Na rum Irgendwo Irgendwo und irgendwo Was ist das? Ah Es war nix Was ist denn? Ah Level hat sich ja Level 2 weniger Ihr Wenn das darfst du quälen sind Mach ich eine coole Chance Ey Was ist das? Hey, da hab ich's gefunden Wenn wir da bitte Dankeschön Du Da war auch nix drin Ich muss noch einen Kontrollen zu strengen Ah da oben ist so viel Shit Woher komme ich durch auf? Jetzt hat's blind aufgehört Das gefällt dir das Spiel? Ja ja, gefällt, kann man jetzt nicht wirklich sagen. Hey, ich bin einfach mal durch die Map geblitscht, okay. In der Spielsessel der Patron Graus braucht man nicht erwarten. Oh, what a fish! Die ganze Umgebung lässt sich auf. Seen ihn. Oh Gott. Hey, versieg hier. Nee, du Schlampe. Ich hab die Lampe gebraucht. Fuck, my life. Toll, was mache ich jetzt? Ich hab die Lampe gebraucht. Ich hab die Lampe gebraucht. Ich hab die Lampe gebraucht. Okay, das passt jetzt super zu. Ich hab die Lampe gebraucht. 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 Ich hab den Stress. Ja, ich hab die Lampe gebraucht. Ich hab die Lampe gebraucht. Der Bus ist voll. Oh, pfeil. Zappernhof, alle ansteigen und wir schütteln. Alle Perioten hier ansteigen. Oho, hier ist eine Spinne! Scheide! Eine Spinne! Gut, da brauchen noch zwei sich nie Lulus und die sind doch gut, gut. Da drinnen ist ein Kürbis, den könnt ihr zu Hause, ich scheiße. Gibt's ein Kürbis bei, ne? Da ist ja wirklich gespawnt jetzt. Wir haben hier geschützt, dass wir sonst nach oben haben. Geh mal da, du Arsch! Du möchtest auch stecken, jetzt mal hier. Oh, das kann man! Was ist denn der Scheid? Ich glaub, die Fräuse kriegt. Und jetzt halt die Litz, da muss man in den Sack gehen, nun. Warte, schladen! Ob wir alle Lichtquäle hier drinnen? Oder ob nicht? Ruf! Warte mal! Mission abgeschlossen! Mission abgeschlossen! Also, das könnte ein paar Haarebiet waren. Oh, wer macht's? Was ist das? Wir sagen, wir haben, was ist das nicht? Warte, was ist das nicht? Oh, das ist das? Das ist das. Dann wird das? Warte, was ist das? Was ist das? Okay. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Hacke, Hacke, Hacke Und der Jetpack, der Typ! Dankeschön, dass du da oben arbeitest Ich weiß, dass die Stadt die Nahrung ausgegangen ist Grabe, 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 grabe Mit der Spitze Hacke Lalalalalala Die Foto-Pil spülen Ja, einigermaßen Einigermaßen Was ist das hier? Ich muss noch an den Höfen Ja 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 Ich glaube, das wird erst am Morgen fertig Jetzt ist einer tot Ja Du bist gefickt Du bist gefickt Du bist gefickt Du bist gefickt Ich habe keine Hacke mehr Meine Hacke ist kaputt gegangen Ich habe keine Hacke mehr Ich muss mal eine kaufen Ich habe keine Hacke mehr Ich habe keinen Hacke mehr 'ISH ist das Was ist das? aber was ist das hier gibt es hier auf das wissen hey wir haben wir doch ein buskunde okay Nahrung Ah, das geht nimmer Okay, das müsste ich so nennen Okay, da möchte ich mich jetzt ficken Yeah, Level 3 Leber Spitzhacke, yes Dankeschön, Game Können Sie die Tür auspacken? Kraft Wie kann ich das auch machen? Bestätigen Ist das ein Paket, was ich hier laden soll? Spitzhacke, 12 Ich habe keine Spitzhacke Das ist wahrscheinlich ein starke Spitzhacke Jetzt tut man das Der hat eine Kettensäge, okay Alles klar Nichts, aber der hat was drauf Nein, nicht den Die Äpfel sind irgendwie schon aus wie Kübis oder Paprikas Ja, das sieht komisch aus Okay, das wird jetzt mit Spitzhacke genommen Nope, das geht nicht Nee, das ist so nimmer Okay, das ist so nimmer Über Also hier gibt es nix mehr. Das war da. Es war kein nix mehr. Oh mein Gott, der scheiß Bus. Wo ist der einsteigen? Ah, jetzt kommt er. Wo darf ich die Passagiere? Bompa. Reload bei dir. Das klingt sehr gut. Ich bin immer extrem gefährlich. Was für Nahrung? Das klingt mein Ballsack aus. Weg von dem Scheißplaneten. Da hast du schon Nahrung für die Bühne. Äh. Und ein paar Äppeln. Paprika, Äpfel, Kübisse. So was. Was ist das genau so? Wir sind in Wohle. Da ist ja Worte nicht viel. Naja. All schaut voll Retro aus. Voll arg in Grafik. Nicht schlecht, oder? So gesehen nicht schlecht, nein. Und das ist Microwave. Auf jeden Fall. Du hast Grafik für Schena. Und du bist ein wenig... Das sind Städte, oder so. Du hast belebt, nicht? Du bist Arzt irgendwo in Minecraft. Du hast deine Scheiße liegen. Alles muss aus Holz sein. Nee, Alter. Da ist alles so komisch grau, aber... Du kannst ein Städter abbauen. Yay, wir haben einen neuen... Ja, wir haben was. Äpfel. Ab Äpfel. Äpfel, äpfel. Wir brauchen dringend Nahrung. Äpfel. Wow. Holy shit. Wir brauchen dringend Nahrung. Ah, den kann ich nicht mehr dran. Was? Ich kann jetzt maximal drei Items dran. Boah. Ich brauche unbedingt den größeren Beutel. Boah. Nühe Chip. Yay. Nix. Aber der hat was. Ich weiß, dass er ist. Du hast hier was. Komm her. Ja, da rast einen. Hör damit. So schön ist es jetzt auf der Map. Es ist schön jetzt. Wohl grobby ist es wirklich schön. Gott, Halloween. Ja, und es ist ein Halloween Update. Oh, da ist was zum Schütten. Jetzt. Thanks. Da kann ich mal dran. Okay. Und Nahrung ist jetzt sehr wichtig in dem Sinn. Und Nahrung ist jetzt sehr wichtig in dem Sinn. Und Nahrung ist jetzt sehr wichtig in dem Sinn. Ne, wieso drückt sie schon das ganze Zeugs ab? Wo liegt das dann so wie ein b温 그거? Und dann kriegt der hier so weiter. Die B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Und wechseln wir die kleine B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Wollen wir mit deinem Gehen? Ich muss die B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Immer noch 18 Stunden. Es ist nicht so wie in Minecraft, dass du siehst, wie lange deine Spitze hält, weil nicht jede Spitze hält. Die Spitze hält zum Beispiel ewig, da geht es voll ganz tief besser und ich muss dir die kaufen und der Scheiß dabei ist, du siehst es nicht ganz, du siehst nicht eine Zahl und das war es eigentlich schon, ne? Oh, da unten sind Ressourcen, oh, da sind, da sind Viecher, Matoschkas, Matoschkas, ich brauche alle Matoschkas, Matoschkas, Matroschkas, genau. Oh, da geht aber schon was auf die Rechnung. Es ist dunkel, leer geworden. Jetzt habe ich ein paar, ah, die habe ich schon aus Spitz-Axt, aber nette. Oh, ich habe gar nichts mehr, ich kann nicht mehr Ressourcen tragen. Wo ist die Lampe einfach vorhin? Nein, Leute, die Bahn jetzt warf. Nein, Leute, die Bahn jetzt warf. Ich habe einen Holzdruck da drüber und jetzt. Ey, wir waren alle fertig. Oh, ich verschwinde langsam. Gehst du hier? Na, du darfst nicht so lange bleiben. Zu sich ist dunkel, tralala, spiel du. Ey, wacke, du hast das Licht braucht es hier praktisch, danke, Junge. Das ist der beste Typ. Da hat er eine Lampe gebracht. Ey, nicht nicht die Lampe mitnehmen. Du hättest ja nur Lampe. Ah, die Insel versinkt. Gell, boi. Ah, Scheiße, Lauf. Die Insel versinkt. Wo ist die Puzetteste? Da. Wo war er denn da? Das sind ... Es ist ... Jetzt bitte nur. Ja, ich höre dich schon, aber es ist nachts, und du musst kurz überleben. Aha. die bringen nur gerade ein paar Ressourcen durch hin bleibt einfach da die 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 extra die 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 oh oh wow 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 da das das ah ah oh ich habe die getroffen oh spinne oh die hat es nicht auf uns abgesehen, ok was ist das denn? wo ist das denn? wo ist das denn? wo ist das denn? ein schwarzes Loch das ist so viel unbekannter Shit ah die Heiserbrenner ah so geht das, passt schon wie es geht Heiserbrenner ah wie das hört ist denn das Roten yes, alles hau es abdrehen da wird bald noch eins was sag ich ah fuck yes ich brauche eine Spitzhacke nicht erlaubt krass Schaufel Kettensäge auf jeden Fall meine Spitzhacke die 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 Wir müssen ihn sofort aufhören Ah, was würdest du vorhin gelassen? Dankeschön Was ist das? Keine Ahnung, du bist zu viel zu essen Da Du siehst, ich kann das scheißen Einer unserer Genossen hat für unsere Sache gelegen Ich muss ihn aufhören Ich muss Fernglas Oh Signalfackel Oh, da kann ich ganz gut Oh, da kann ich ganz gut Ach, das ist nicht Das Ding, das herstellt aber Ah Ah Elektronik Residenz Elektriks Ne Nein Jetpack wäre geil Jetpack wäre geil Na klar wieder Ein Sonnenschirm Ausziehleiter Holy shit Was zur Hölle Ich brauch Was zum Ich hab nichts dagegen Wenn alles unorganisiert ist Oh, aber wenn du auch da bist, musst du warten bis der andere fertig ist Ich lass mich was auszählen Ich lass mich was auszählen Der Rest kriegt wirklich drei Reparaturen F***t euch mit eure Kübisse Hey, da liegt ein Appel Wir müssen essen Verpassen Damit ich das erinnere Ich komm mal Ich will da noch einmal Oh Du Bist Du Bist Bist Ich war Ich brauche eine Wohnung Ich brauche Eine Wohnung Ein Ihr Wenn ihr erstes Genosse fliegt, wir müssen ihn sofort aufrufen. Nix gescheit. Wo sind eigentlich die Matroschkas? Ein anderer Genosse hat für unsere Sache gelebt. Wir müssen irgendein Matroschkas sein. Oh, ist ein Eder aktiviert. Es waren aber zwei. Der ist gebrochen. Hauptsache hier ist eine Leiter. Wie zur Hölle. Wie zur Hölle. Kann ich nicht mehr rausziehen. What the fish. Kann ich nicht mehr rauskupfen oder sowas? Nee. Wir müssen uns spawnen. Es geht nicht anders, aber der Typ braucht zu lang. Du musst Bob the Banner als Baumeister spielen. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Nein. Wie ist das? Kann ich nicht mehr rauskommen? Wie ist das? Wie geht es? Wie ist das? Ich habe 109,8 Kilowatt erzeugt. Was brauchst du dich? Ja, aber jeder Stadt braucht Energie, oder? Ja. Was ist da hinten? Ist da was zugefallen? Was? 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 Ich will mal noch ausbauen. Ah, das ist eine Freibehaltsstation? Nice. Mobiler Bildschirm. Headlighter, Wegweiser. Handholung, Kürbisball. Bangebrader. Pylon, Schwiebelfahrzeug. Schwiebelpanzer. Wohnhaus, nicht erlaubt. Bürgerpapiere. Schwiebelpanzer. Die Interferenzation. So viel shit. Ich habe das Essen secure. Pflop. 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 Das heißt, ich muss auf irgendeine Art und Weise mein Level erhöhen. Hey, das sind Kinder. Und gießen die Bäume. Ihr seid brav. Ich habe Hunger. Habe ich denn jetzt Automatik aufgenommen? Nein, das war der falsche Baum. Das war der Baum. Was war der Baum? Wo ist das? Wo ist das? Was ist das? Kreise. Wer zerstört unsere Gebäude? Wer ist denn gerade so radau? Wer zerstört unsere Gebäude? Ich hab da auch was herstellen. Returnen, mobile Bildschirm. Oh boy. Das ist auch wieder schön. Ah, das ist das Rad, Ramos. Okay. Gut. Aha. Jetzt bin ich auf die Bäume und kann von dort schon die Äpfel aufheben. Nice. Oh, das ist mein Hinten. Ich super gerne die Arbeit. Groß单. Level 5. Ich glaube, dein Horn ist auf meine Tür los. Okay.